Ja, Shalom und gottesreichen Segen an alle. So, die geistliche Waffenrüstung Teil 2. Ich wurde leider am ersten Teil etwas gestört. Darum musste ich kurzzeitig abbrechen, aber natürlich fangen wir dann mit Teil 2 an. Die wichtigste Mahnung für alle Gläubigen. Sie besteht nur aus drei Worten. So steht nun, nur der kann fest im Glauben stehen, der zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren ist und in der Lebensgemeinschaft mit dem Herrn steht, solange wir noch im Schlaf der Selbstsicherheit und der Sünde liegen, gilt uns der Ruf, wache auf, der du schläfst. Wir müssen uns zunächst über die Frage klar werden. Bin ich aufgewacht? Das ist sehr ernst und wichtig. Die meisten Christen liegen im Schlaf. Viele Kinder Gottes haben es noch gar nicht begriffen, worum es in der Nachfolge Jesu eigentlich geht. Man weiß etwas von Bekehrung, aber um das Tiefste und Wichtigste in der Nachfolge Jesu weiß man nicht. Es ist eine ganz besondere Gnade, wenn man aus dem Sündenschlaf aufgewacht ist, so dass man bezeugen kann, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Darf ich einmal fragen, haben wir das erlebt und können wir es aus dem Innersten heraus bezeugen? Wenn nicht, wollen wir uns danach ausstrecken? Auch in der Gemeinschaftsbewegung geht es vielfach so, wie in der Kirche, dass man sich allmählich mit äußerlicher Religiosität zufrieden gibt. Das genügt aber nicht. Welch eine Gnade, wenn man singen darf. Wem anders sollte ich mich ergeben? O König, der am Kreuz erblich? Wir werden ermahnt, als Streiter Jesu unter seiner Fahne zu stehen. Nur dann haben wir den Felsengrund, von dem wir singen. Der Grund, der unbeweglich steht, wenn Erd und Himmel untergeht. Und der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Als andere Gründe werden am Ende der Tage Heu und Stoppeln sein und werden verbrennen. Worin sollen wir nun als Kinder Gottes stehen? In der rechten Bereitschaft, d.h. gerüstet zum Kampf, begehen wir nicht oft als Kinder Gottes die große Torheit, dass wir dem Feind begegnen und sind nicht gerüstet. Darum wollen wir uns durch den Apostel mahnen lassen. So stehen nun in der rechten Bereitschaft, dem Feind entgegenzutreten. Dazu fehlt es uns oft an Mut. Diesen muss man haben, um dem Feind entgegentreten zu können. Wir haben ihn von uns aus nicht und müssen ihn uns daher von unserem Herrn schenken lassen. In der Geschichte von Josef, der von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wurde, lesen wir einen bedeutsamen Satz. Potiphas Frau wollte ihn verführen und darüber steht geschrieben, sie trieb solche Worte täglich. Wenn eine Versuchung zwei oder auch dreimal auf uns kommt, überwindet man sie noch. Tritt sie aber immer wieder in denselben Form an uns heran, wird man sehr leicht schwach. Was tat Josef? Er ließ sich nicht verführen und sagte ganz unerschrocken, wie sollte ich ein solch groß Übel tun und wieder Gott sündigen? Das sollte auch unsere Losung Tag aus, Tag ein sein. Wenn wir es wagen, im kindlichen Glauben und im Aufblick zum Herrn dazustehen, erleben wir, er gibt Gnade. Ich entdecke, ich entdecke immer wieder in der Seelsorge, dass es viele Kinder Gottes gibt, die erst anfangen zu streiten. Wenn sie schon halb von Feind überwunden sind, dann gibt es keinen Sieg mehr. Wir müssen unerschrocken von vorne herein dem Feind entgegentreten, denn er versucht immer wieder, sich bei uns einzuschleichen. Er hat gewisse Einfallstore, zum Beispiel unsere Augen, wie wichtig ist es, dass wir als Kinder Gottes einen Bund mit ihm machen. Durch die Augenlust sind schon viele, viel mehr Menschen zum Fall gekommen, als durch irgendetwas anderes. Das zweite Tor sind unsere Ohren. Deshalb mahnt der Apostel, so stehet nun. Vergesst es nicht, dass ihr stets auf der Hut sein müsst, denn die Sünde ruht ständig vor unsere Tür. Nicht nur gelegentlich einmal, nein, ständig. Dieses Wort gilt nicht für die Kinder der Welt, sondern für die Kinder Gottes. Wenn wir vor der Sünde bewahrt werden wollen, müssen wir das Stehen recht gelernt haben. Das heißt, wir müssen alle Zeit in Alarmbereitschaft stehen. Nur dann rechnen wir jeden Augenblick mit dem Signal, der Feind kommt. Kinder Gottes müssen es lernen, in der rechten Standhaftigkeit zu stehen. Immer wieder mahnt die Heilige Schrift, haltet Stand. Wir können jetzt auch sagen, haltet aus. In 4. Mose 13, Vers 31 steht, wir vermögen nicht, hinaufzuziehen gegen das Volk, denn sie sind uns stark. Dieses Wort will uns sagen, dass wir nicht in eigener Kraft den Feind besiegen können, denn der Fürst der Finsternis ist zu stark. Wie sollen Kinder Gottes den Feind entgegentreten? Der Apostel Paulus gibt uns darauf die Antwort. Mit dem Gurt der Wahrheit. Der Apostel Paulus denkt hierbei an das Gewand der Orientalen. Ein langes, weites Oberkleid, das bis auf die Füße herabhing. Dieses lange Gewand war bei der Arbeit hinderlich. Wenn man eine Reise antrat oder in den Kampf zog, legte man einen breiten Gürtel um, der das ganze Gewand zusammenhielt, was zur leichteren Bewegung diente. Kinder Gottes sollen ihre Lenden umgürten. Also, ja, umgürten. Das sagt uns die Heilige Schrift ganz besonders im Blick auf den Wiederkommen vom Herrn. Lasset eure Lenden umgürtet sein. Lukas 12, Vers 35 Mit welchem Gurt sollen wir umgürtet sein? Der Apostel Paulus sagt es uns mit dem Gurt der Wahrheit. Er denkt jetzt nicht an die Wahrheit allgemein, sondern an die Wahrheit, die in Christentum Jesu erschienen ist. Der Herr sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur in Christus können wir Recht kämpfen. Ohne Christus erleben wir Niederlagen und werden ganz schmählich zu Schanden. Aber in ihm, der die Wahrheit ist, können wir den Kampf Recht durchführen. Deshalb umgürtet mit dem Gurt der Wahrheit. Ja, die Macht der Wahrheit im Leben der Gläubigen. Worin besteht sie? Die Wahrheit macht uns frei. Wer den Gurt der Wahrheit umgelegt hat, gelangt zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Wie Paulus in Römer 8 sagt, da macht der Herr Wohnung und in unserem Herzen und er, der angefangen hat, das gute Werk in meinem und deinem Leben, der wird es auch vollenden. Der Geist der Wahrheit macht uns durch und durch lauter und deckt auch die kleinste Sünde auf. Je näher wir bei Jesus leben, desto zarter und feinfühliger werden wir der Sünde gegenüber. Er heiligt und reinigt uns. So erkennen wir das Wort, so stehet nun umgürtet mit dem Gurt der Wahrheit, für unser Glaubensleben ein wichtiges und wertvolles Wort ist. Wer in der Wahrheit ist, kann unmöglich mit irgendeiner geheimen Sünde leben. Er lässt keinerlei Neigung zum Bösen aufkommen. Er will nur den Willen des Herrn tun. Wenn wir den Gurt der Wahrheit umgelegt haben, haben wir einen Helfer, Jesus Christus. Er, der für uns den Sieg davongetragen hat, schenkt uns Gnade, von einem Sieg zum anderen zu gelangen. Darum stehet fest, seid innerlich stark und gürtet mit dem Gurt der Wahrheit. Ja, jetzt kommen wir zum der Panzer der Gerechtigkeit. In Epheser 6, Vers 14 Angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit Mit dem Panzer bedecken die alten Krieger ihre Brust und vor allem ihr Herz, um sie vom feindlichen Fein zu schützen. Wenn das Herz von einem Fein verwundet ist, erlischt das Leben. Nun redet der Apostel hier von dem Panzer der Gerechtigkeit. Diesen Panzer wollen wir einmal genauer betrachten. Durch den Sündenfall lösten Adam und Eva sich von Gott und wurden die Stammeltern eines verlorenen Menschengeschlechts. Nun sind wir alle ohne Ausnahme von Geburt an verlorene Menschen und gehören zu dem großen Geschlecht der Verlorenen. Da ist keiner, der gerecht sei, auch nicht einer. Römer 3, Vers 10 Was steckt an Sünden? Doch schon alles in einem Kinde. Es ist trotzig, eigensinnig und eigenwillig. Es lügt sogar. Wenn Eltern das zum ersten Mal an ihren Kindern entdecken, werden sie traurig, weil sie merken, das ist unser Erbgut. Sie sehen darin eine Auferstehung ihrer eigenen Sünden. Wenn wir nun in unserem Leben schauen, erblicken wir die Sünde in vielerlei Gestalt. Ich erinnere an die Sünde der Gedankenwelt. In einer kleinen Schrift sind Gedanken zollfrei, habe ich zu schildern versucht, wie unsere Gedankenwelt von der Sünde durchsetzt ist. Wohl niemand kann sagen, Gedankensünden sind in meinem Leben nicht zu verzeichnen. Haben wir nicht alle schon mehrfach in Gedanken gesündigt? Natürlich, klar. Wie viele Sünden haben wir auch durch Worte auf uns geladen? Wie oft kam ein aufgeregtes, ein liebloses Wort über unsere Lippen? Oder wir waren unfreundlich. Ja, kenne ich. Oder denken wir an die Sünden der Tat? Wie viele Sünden kleben an unseren Händen? Müssen wir nicht sagen, von der Fußsolle bis zum Scheitel ist nichts Gutes an uns? Wir haben immer wieder gegen den Willen Gottes gehandelt und seine Gebote übertreten. Wenn wir uns die zehn Gebote einmal im Licht der Schrift vor die Seele stellen, müssen wir sagen, es ist auch nicht ein Gebot da, das wir nicht übertreten hätten. Aber die meisten Menschen unserer Tage sind mit sich selbst sehr zufrieden. Sie sind selbstgerecht. Manchmal dauert es lange, bis wir einsehen, dass unsere eigene Gerechtigkeit vor Gott nichts gilt. Dass wir mit unserer eigenen Gerechtigkeit eins vor Gott nicht bestehen können. Wir denken an die Pharisäer, die auf ihre eigene Gerechtigkeit pochten. Was sagt Jesus von ihnen? Sie fressen der Witwenhäuser. Wenn nun schon Menschen an unserem Kleideflecken entdecken, wie viel mehr das heilige Auge unseres Gottes, von dem wir wie ein ausgeschlagenes Buch sind. Da ist nichts in unserem Leben, was wir vor Gott verbergen könnten. Wir sind ganz vor ihm offenbar. Also müssen wir eine andere Gerechtigkeit haben, um einmal vor Gott, unserem Herrn, bestehen zu können. Und diese Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit Jesu Christi. Wie hat Jesus uns nun die wahre Gerechtigkeit erworben? Er hat sein Blut und Leben für uns geopfert. Er kam auf diese Erde, um für uns zu sterben. Und sein ganzer Weg von der Geburt bis nach Golgatha war ein Weg des Kreuzes. Als Johannes der Täufer sich weigerte, den Herrn zu taufen, sagte der Herr, es gebühret uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann trat der Herr an die Stelle des Sünders. Er ließ sich taufen, als ob er der Sünder wäre, und doch konnte man ihm keine Sünde zeihen. Er nahm unsere Stelle ein, so als ob er selbst der Vergebung der Sünden bedürfe. Auf Golgatha starb er sogar an unserer Stadt. Denn Gott hat den, der von keinem Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf das wir würden, in ihm die Gerechtigkeit, die von Gott gilt. 2. Korinther 5, Vers 21 Der Herr Jesus hat das Gericht der Sünde in vollem Maße über sich ergehen lassen und seinen Geist nicht eher in die Hände des Vaters gegeben, als bis er alles vollbracht hatte. Er hängt am Stamm des Kreuzes, nackt und bloß dem Hohn und Spott der Feinde, den Menschen preisgegeben, und wir hören den Schrei auf Golgatha. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir sehen, wie schwer der Kampf auf Golgatha war, blicken in die tiefste Tiefe, erkennen, was es heißt, für uns zur Sünde gemacht, auf das wir würden, in ihm die Gerechtigkeit, die von Gott gilt. Da entdeckte man eines Tages eine Verschwörung. Der Herrscher befahl, jeder, der sich an dem Komplott beteiligt hat, bekommt 100 Schläge. Wenn in der damaligen Zeit jemand 100 Schläge mit der furchtbaren Peitsch erhielt, hatte er sein Leben ausgehaucht. Man forschte nach dem Urheber und fand die Mutter des Regenten. Als man ihm das mitteilte, wurde er sehr traurig, sagte aber, ein Regentenwort gilt. Bringt meine Mutter und stellt euch mit den Peitschen auf. Dann trat der Regent vor, nahm seine Mutter den Peinigern fort und begab sich selbst an ihre Stelle. Darauf gab er den Befehl losschlagen. Er nahm die Peitschenhebe für seine Mutter auf sich, ließ sie für seine Mutter strafen. Nun schau nach Golgatha. Da hat Jesus sich nicht nur für unsere Strafen lassen, sondern die Sünde hinweggeräumt. Er hat das ursprüngliche Verhältnis zwischen Gott, dem Vater und der Menschenheit wiederhergestellt. Indem Christus nun für uns den Fluch auf sich nahm, hat er uns von dem Fluch der Sünde befreit. Auf Golgatha sehen wir, wie sehr Gott die Sünde verabscheut, dass er selbst seinen eigenen Sohn für uns dahin gab. Aber Golgatha verkündet uns noch ein zweites. Der Vater in der Ewigkeit und der eingeborene Sohn lieben den Sünder. Einer meiner Freunde wurden eines Tages gefragt, wir haben da einen Mann, der eben wieder aus dem Gefängnis kommt. Er sollte nie wieder auf freien Fuß gesetzt werden, aber wir haben gemerkt, dass er wohl erblich belastet ist. 99 Mal hat er schon hinter Kerkermauern gesessen und jetzt wollten wir ihn eigentlich lebenslänglich inhaftieren. Da hat man uns aber gesagt, fragen Sie den Herrn X, ob er ihn nicht aufnimmt. Er hat schon manchen geholfen und mancher ist ein anderer geworden. Würden Sie diesen Mann, der so oft vorgestraft ist, aufnehmen? Ja, schicken Sie ihn. 14 Tage später verübte dieser Mann einen schweren Diebstahl. Er wurde abgeführt. In der Gerichtsverhandlung sagte der Richter, jetzt ist es aus mit der Freiheit. Sie werden nie wieder sehen. Der Richter fragte Herrn X, Haben Sie noch etwas zu sagen, ehe wir das Urteil sprechen? Ja. Dann nahm er den Angeklagten in die Arme und sagte, Lieber Freund, Du weißt, wie lieb ich Dich habe und Du hast in den 14 Tagen meine Liebe verspürt. Willst Du mir versprechen, jetzt mit dem alten Leben zu brechen? Dann werde ich bitten, dass Du nicht oder nur ganz wenig bestraft wirst. Da kam dem, der nur ein Leben hinter Kerkermorren geführt hatte, die Tränen. Dass noch einer da war, der ihn liebte. Ja, ich verspreche es Ihnen. Dieser Mann wurde später noch ein Zeuge Jesus. Das vermag die Liebe. Jesus sagt uns auf Golgatha, Ich liebe Dich trotz aller Sünde. Auch wenn die Menschen Dich meiden, liebe ich Dich. Wir dürfen wissen, als Jesus für uns sein Blut vergossen hat, schenkte er uns seine Gerechtigkeit und wir dürfen nun freudig singen. Also ich fange jetzt nicht an zu singen. Es quillt für mich dies teure Blut, das glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Christus starb für mich. Amen. Ganz hell und laut dürfen wir jubeln und jauchsen. Christus ist meine Gerechtigkeit. Kannst Du das auch sagen? Lass uns den Preisen, welcher uns gemacht ist von Gott zur Weisheit und Gerechtigkeit und zur Heiligung und Erlösung. 1. Korinther 1, Vers 30 Könntet ihr mal nachschauen. Puh. Ja, meine Lieben. An den Beinen gestiefelt und an den Beinen gestiefelt bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Epheser 6, Vers 15 Kinder Gottes sollen in der rechten Bereitschaft stehen, damit der Feind sie nicht in einen unbewachten Augenblick überfällt. Zur rechten Bereitschaft gehören auch die Stiefel. Was hilft es einem Soldaten, wenn er gut schießen kann und keine Stiefel hat? Wie wichtig ist es doch, dass wir als Kinder Gottes die rechten Stiefel anhaben? Stiefel, mit denen wir durch dick und dünn gehen können. Fehlt es in unseren Tagen in der Gemeinde Jesu nicht an diese Schuhen? Gehen nicht so viele barfuß? Wer barfuß geht, verletzt sich leicht. Nur eine Kleinigkeit. Und die Brüder und Schwestern sind verwundet. Hat man einmal nicht den rechten Ton getroffen oder ist der eine oder andere nicht gebührend beachtet worden, so fühlt man sich auf dem Fuß getreten. Ein Beweis dafür, dass ein wichtiges Stück in der Waffenrüstung der Kinder Gottes nicht angezogen wurde. Man ist nicht nur verletzt, sondern oft sogar entrüstet in der Gemeinde. Jesu stößt man sich an allem Möglichen und es heißt oft, wenn der in die Bibelstunde geht, komme ich nicht mehr. Mit dem kann ich nicht in einer Reihe sitzen. Wer so redet, hat eins der wichtigsten Stücke der Waffenrüstung abgelehnt. Ob wir nicht auch etwas abgelegt haben? Was wir nicht ablegen dürfen? Fest gehalten? Was wir schon längst hätten ablegen sollen? Wir suchen die Schuld schon so gern bei den anderen und nicht bei uns. Hätten wir Gläubigen die rechten Stiefel an, wären wir nicht so leicht beleidigt und verletzt. Das ist ein Mangel im Glaubensleben. Es gibt viele Kinder Gottes, die in den Kinderschuhen stecken geblieben sind. Schon der Apostel Paulus schreibt an die Korinther und ich, liebe Brüder, konnte nicht mit euch reden, als mit Geistlichen, sondern als mit Fleischlichen, wie mit jungen Kindern in Christu. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht Speise, denn ihr konntet noch nicht. Auch könnt ihr jetzt noch nicht. Dieweil ihr noch fleischig seid, denn Sintemal, Alpha und Zank und Zwietrach unter euch sind, seid ihr nicht fleischig und wandelt nach menschlicher Weise. 1. Korinther 3 Vers 1-3 Was will uns dieses Wort des Apostel Paulus sagen? Ein Kind sein ist etwas Schönes, aber wir sollen zu Erwachsenen heranreifen. Wenn man nach Bethel, der Stadt der Barmherzigkeit, kommt, findet man 20-Jährige, die nach ihrem fünften Lebensjahr nicht mehr gewachsen sind. Solch ein Mensch ist ein Krüppel, weil er sich nicht normal entwickelt hat. So gibt es viele Gläubige, die im geistlichen Leben Kinder geblieben sind. Da ich aber ein Mann war, tat ich ab, was kindisch war. 1. Korinther 13 Vers 11 Paulus redet also von Kindern und von solchen, die kindisch sind, das heißt von geistlichen und fleischlichen Menschen. Der Geist macht Christus groß, das Fleisch das eigene Ich. Bei einem Geistlichen steht Christus stets im Mittelpunkt, bei dem Fleischlichen das eigene Ich. Wie steht es da bei uns? Solange unser Ich im Vordergrund stehe, haben wir vergessen, die Stiefel anzuziehen. Wenn Christus unser Ein und Alles geworden ist, werden wir froh und dankbar. Wozu sollten wir nun die Stiefel anziehen? Zu treiben das Evangelium des Friedens. Eine wichtige Ermahnung, ein ganzes ernstes Wort. Wie kommt der Friede zustande? Das Wort Friede ist eines der herrlichsten im Wortschaft der Gemeinde Jesu. Aber sein Inhalt ist noch viel köstlicher. Wer Frieden mit Gott hat, trägt dafür Sorge, dass Herz und Sinne von ihm regiert werden. Durch die Sünde ist die Erde eine Stätte des Unfriedens geworden. Die Heilige Schrift sagt uns, die Gottlosen haben keinen Frieden. Als jedoch die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, den eingeborenen Sohn voller Gnade und Wahrheit auf dieser Erde. Und der Apostel sagt von ihm, er ist unser Friede. Ehe aber Christus unser Friede werden konnte, musste Gott das Hindernis fortnehmen, das zwischen ihm der Quelle des Friedens und den Kindern der Welt stand. Nämlich die Sünde. Gott versöhnte die Welt mit sich selber. Der Herr Jesus hat die Sünde, den Fluch und das ganze Gericht auf sich genommen. Auf Golgatha ist es Wahrheit geworden. Er ist unser Friede. Nun ist dieser Friede für alle Menschen da. Wir bekommen ihn durch das Evangelium. Deshalb sagt der Apostel Paulus, zu treiben das Evangelium des Friedens. Das Evangelium, das uns verkündet wird, ist die frohe Wohlschaft und sagt, uns immer wieder, was Gott in Christus für uns getan hat. Nun dürfen die Friedensboten allen die Botschaft bringen, lasst euch versöhnen mit Gott, wer diese Botschaft im Glauben für sich in Anspruch nimmt, der erfährt, dass das Blut Jesu reinwäscht von aller Sünde und Schuld. Nun, wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Friede ist also das Resultat der Rechtfertigung aus Glauben. Haben wir alle schon diesen Frieden mit Gott erlangt? Können wir sagen, er ist mein Friede, das Wort unser genügt nicht? Wir müssen eine persönliche Beziehung zu Gott haben, so dass wir es wirklich wissen. Er ist mein Friede. Es kommt darauf an, dass wir sagen können, Jesus ist mein Heiland, mein Friede. Kannst du es noch nicht sagen? Dann warte nicht mehr länger. Der Herr möchte sich in seiner Gnade auch an deinem Herzen offenbaren, dass du es fröhlich singen kannst. Wenn wir aber wissen, Jesus ist mein Heiland, dann gilt es, so zielt nun an die Stiefel. Der Herr rüstet uns aus zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Wir sollen die Botschaft vom Frieden weitertragen. Denn Friedenskinder sind Friedensbringer. Vergessen wir es nie, Gottgezeugte müssen Zeugen des Herrn sein. Friedenskinder stehen gestiefelt da. Sie sind bereit, als seinen Zeugen aufzudrehen. Wohl wissen sie, dass der Liederdichter recht hat, wenn er singt. Steil und dornig ist der Pfad, der uns zur Vollendung führt. Es gibt auf dem Wege mancherlei Hindernisse. Der Feind ist sehr geschäftig, uns den Frieden wieder zu rauben. Er möchte uns so gern die Stiefel wieder ausziehen. Es ist aber wichtig, dass wir an den Beinen gestiefelt bleiben. Geht man durch eine sumpfige Gegend, zieht man möglich feste Stiefel an, um gerüstet und gewaffnet zu sein. Mag es jetzt feucht sein, das spielt keine Rolle mehr, fertig zu treiben, das Evangelium des Friedens, und zwar trotz aller Hindernisse und Schwierigkeiten. Da können uns keine Leiden, keine Trübsale abschrecken. Wir wollen gewisse Tritte tun, wie der Apostel Paulus uns mahnt, und nicht straucheln. Wir sollen also Frieden bringen, daher Zeugnis ablegen von dem, was der Herr an uns getan hat. Wie wichtig ist das? Wir sollen das Evangelium verkündigen, zunächst einmal mit dem Munde. Wie sieht es da bei uns aus? Haben wir den Mut, von diesem Jesus zu sagen und zu zeugen, wir sind in der Gemeinde Jesu so still geworden? Die Bibel spricht sogar von stummen Hunden. Man hat keine Freudigkeit mehr, von Jesus zu zeugen. Sind wir stumme Hunde? Verstehen wir, was das heißt? Wir wollen keinen Stein auf andere werfen, aber eins ist sicher, die Gemeinde Jesu ist stumm geworden. Sie hat nicht mehr den Mut, das Evangelium des Friedens zu treiben. Wovon reden wir, wenn wir zusammenkommen? Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Sind wir vom Herrn Jesus erfüllt? Benutzen wir jede Gelegenheit, den Menschen von ihm zu sagen, sie warten darauf, dass wir sie fragen, wie steht es bei dir mit Jesus? Wovon reden wir, wenn wir in der Eisenbahn fahren? Reden wir von Jesus? Reden wir dem Fahrgast gegenüber von diesem Herrn Zeugnis ab oder schweigen wir still? Wovon reden wir im Kreis der Arbeitskollegen oder Freunde? Reden wir von Jesus? Ein reicher Herr suchte einen neuen Chauffeur. Eine Reihe Bewerber hatte sich gemeldet, von denen eine ausgesucht wurde, ein Ungläubiger, der sich auf der Flucht vor Gott befand. In seiner alten Stellung hatte er einen gläubigen Herrn, der immer wieder mit ihm über Jesus redete, der Chauffeur sagte sich, so schnell wie möglich weg von hier. Er las die Anzeige in der Zeitung, also er las die Anzeige in der Zeitung, meldete sich und wurde angenommen. Bald sollte die erste Fahrt gemacht werden. Als sein Herr die Freitreppe herunterkam, öffnete der Chauffeur ganz elegant die hintere Türe, der Herr dankte und sagte, ich möchte mich vorn zu Ihnen setzen. Der Chauffeur war erstaunt, musste aber wohl oder übel die hintere Türe schließen und die Vordere öffnen. Als sie eine Weile gefahren waren, fragte der Herr, Herrmann, kennen Sie Jesus? Da erschrak der Mann und dachte, so aufdringlich war mein früherer Herr aber nicht, schon gleich bei der ersten Fahrt zu fragen. Kennen Sie den Herrn Jesus? Der Herr erzählte seinem Chauffeur von dem, der ihn so froh und frei gemacht hatte. Wenn wir doch mehr Mut hätten, ganz bewusst unseren Auftrag auszuführen, deshalb sage ich im Namen Jesu, Bruder, Schwester, die Stiefel müssen angezogen werden. Bald kommt der Herr wieder und damit der große Tag, an dem er uns fragen wird, weshalb hattest du keinen Mut von mir zu zeugen. Mag die Welt da draußen sagen, was sie will, mag sie höhlen und verspotten, wir haben den Auftrag Jesu, so treiben das Evangelium des Friedens. Wenn wir wirklich mit ganzem großen Mut vom Heiland zeugten, würde die Welt aufhorchen und mancher würde zum Herrn geführt werden. Friedenskinder sollen stets friedfertig sein, das heißt, keine Feindschaft untereinander dulden. Der Apostel Paulus sagt uns, so viel an euch ist, habt mit allen Menschen Frieden. Der Wunsch eines Friedenkindes ist es, mit allen Menschen Frieden zu haben und immer wieder feurige Kohlen auf das Haupt des Feindes zu legen. Das Geheimnis müssen wir lernen, damit der Herr sich offenbaren kann. Lesen wir doch einmal die ersten Verse aus 1. Könige 18. Da steht Elia vor uns, der den großen Sieg auf den Kamel davongetragen hatte. Er schickt seinen Diener zu dem gottlosen König Ahab, der sein erbitterster Feind war und lässt ihm sagen, ziehe hin, isst und trink. Es rauscht, als wollte es sehr regnen, dem König fehlte aber der Läufer. Wenn in der damaligen Zeit ein König keinen Läufer hatte, redete das Volk über ihn und sagte, mit dem ist es nicht mehr weit her, er wird wohl bald seine Königskrone niederlegen müssen. Was tat Elia? Handelte er so, wie wir es getan hätten und sagt, da wird der König einmal recht erfahren, was es bedeutet, Propheten Gottes zu folgen. Das ist der Lohn dafür. Es geschieht ihm ganz recht. Nein, Elia lief selbst vor dem König her, bis nach Gezerel. Er sammelte feurige Kohlen auf, das Haupt seines Feindes und am Anfang des letzten Verses steht das herrliche Wort, da kam die Hand des Herrn über ihn. Wollen wir das Evangelium des Friedens treiben, diese frohe und selig machende Botschaft, dann lasst es uns immer wieder neu lernen. Friedenskinder sind friedfertige Leute. Nur wenn der Wandel mit dem Bekenntnis übereinstimmt, wird das Bekenntnis die Menschen überzeugen. Der Schild des Glaubens Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Epheser 6, Vers 16 Jedes Stück der Waffenrüstung hat seine besondere Bedeutung. Eins ist noch wichtiger als das andere, ihr ist aber nicht gerade der Schild des Glaubens besonders wichtig. Worauf entnehmen wir das? Der Apostel gebraucht hier die Worte vor allen Dingen. Daran sehen wir, wie wichtig und wertvoll der Schild des Glaubens für unser Leben ist. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu verfallen. Wir erinnern uns das Wort, das der Herr zur Martha sagte, Habe ich dir nicht gesagt, so du glauben würdest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich behaupte. Wir erleben deshalb so wenig Wunder in unserem persönlichen Leben und in unseren Kreisen, weil wir nicht genügend auf dem Boden des Glaubens stehen. Weil wir immer am Rechnen und Berechnen sind. Und das ist ein ganz falscher Weg. Auf dem Glaubensweg kommt es eben wirklich darauf an, ganz mit dem Herrn zu gehen. Im Geschäftsleben muss man zwar rechnen, aber auf dem Glaubensboden rechnet man nur mit ihm. Nun sagt der Apostel Paulus, er greifet den Schild des Glaubens. Das Wort ergreifet sollten wir uns ganz dick unterstreichen, denn es sagt uns, der Schild des Glaubens ist da. Wir brauchen ihn also nicht erst herstellen zu lassen. Er ist da und liegt auf Golgatha für uns bereit. Wenn wir ihn ergreifen, wenn wir davon Gebrauch machen, merken wir, wie glücklich und gesegnet wir durch die Gnade Jesu Christus sein dürfen. Wenn der Apostel hier sagt, er greifet den Schild des Glaubens, meint er nicht den Kopfglauben. Der Kopfglaube ist nur ein Fürwahr halten. Er ist ein Glaube, der das Wissen bereichert, aber das Herz nicht berührt. Wir brauchen jedoch den Glauben, der seinem Wesen nach ein herzliches Vertrauen ist. Das Wesen des lebendigen Glaubens hat zwei Seiten. Einmal ist dieser Glaube herzliches Vertrauen und zum anderen Erkenntnis. Vertrauen auf unseren Herrn bedeutet, sich darauf zu stützen. Alle Gottesverheißungen sind ja und Amen in ihn. Auf diese Verheißungen gründet sich der lebendige und wahre Glaube und darum ist man bereit, stets den Weg des Gehorsams zu gehen. Der Glaube ist auch eine Erkenntnis. Er beruht auf dem Licht, das der Heilige Geist seinen Kindern schenkt. Ich denke dabei an das Wort des Apostels. Gott hat uns einen hellen Schein in unserem Herzen gegeben und in diesen hellen Scheinen dürfen wir ganz getrost vorangehen. Dieser Glaube ist das innere Auge, mit dem wir unserem Herrn im Geiste schauen dürfen. Wir wissen, er starb für uns auf Golgatha. Er reinigt uns von allen Sünden und Schuld und vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Das ist das Dreifache, was das Glaubensauge erleben und erfahren darf. Wir fragen weiter, wie entsteht nun dieser Glaube? Der Glaube ist etwas, was uns kein Mensch schenken kann. Er entsteht im Menschenherzen durch den Geist Gottes. In Römer 10, Vers 17 sagt der Apostel Paulus, Der Glaube kommt aus der Predigt. Also da, wo das Wort vom Kreuz verkündet wird, beglaubigt der Heilige Geist diese Botschaft an den Herzen der Menschen. Der Heilige Geist macht uns das Wort so lebendig, dass wir merken, es ist für mich. Wie manches Mal habe ich es erlebt, dass jemand nach dem Gottesdienst kam und sagte, sie haben nur für mich gepredigt. Schon als sie den Text lasen, fühlte ich mich persönlich angesprochen, dass der Heilige Geist selbst den Rednern führt, um sein Ziel zu erreichen, habe ich auch erfahren, während des ersten Liedes sagte einmal eine Stimme zu mir, neben diesen Text, ich sagte darauf zum Herrn, Herr, warum soll ich jetzt noch einen anderen Text nehmen? Aber wieder hieß es, nimm diesen Text, da habe ich still meine Hände gefalten, Herr, ich bin bereit, den Text zu nehmen. Dann musst du aber von Anfang bis Ende reden, du weißt, auf diesen Text habe ich mich nicht vorbereitet. Es kam der letzte Vers des Liedes, und noch einmal hieß es, nimm den Text, ich sagte, Herr, ich bin gehorsam, so schenke mir das hörende Ohr und lege mir deine Worte auf die Lippen. Nach den Segen kam eine junge Frau und sagte, wissen Sie, weshalb Sie gerade über diesen Text gepredigt haben? Nein, ich wollte eigentlich über ein anderes Wort sprechen. Sie antwortete, das Wort war für mich, ich war fest entschlossen, noch heute Abend mein Leben weg zu werden. Aber ich sagte mir, noch einmal will ich unter das Wort gehen und als Sie den Text verlasen, hörte ich deutlich eine Stimme. das Wort gilt dir, das Wort gilt dir, seht, das tut der Heilige Geist, eröffnet uns Auge, Ohr und Herz. Wie heißt es bei der Lydia? Erteilt ihr das Herz auf? So kommt der Glaube aus der Predigt. Alles, was der Heilige Geist aufdeckt, dürfen wir dem Herrn bringen, denn er ist der Sündeheiland. Wie erlangen Gottes Kinder den Sieg? Ich erinnere an das Wort des Apostel Paulus aus 2. Korinther 2, Vers 14, aber Gott sei gedank, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christo und offenbart den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Durch den Schild des Glaubens tragen wir auch den Sieg davon. Es heißt nicht, hier und da Sieg, sondern alle Zeit Sieg. Jeder von uns ist an einer bestimmten Stelle besonders leicht verwundbar. Da sagt uns der König aller Könige, nimm den Schild des Glaubens, halte ihn fest und du wirst immer überwinden. Johannes sagt, wer aus Gott geboren ist, der tut nicht Sünde. Wörtlich heißt es, wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich und zwar nicht in eigener Kraft, sondern in der Kraft Jesu. Eine andere Übersetzung sagt, der von Gott geborene bewahrt ihn und der Arge kann ihn nicht antasten. 1. Johannes 5, Vers 18 Wer ist der von Gott geborene? Es ist Jesus. Der Apostel schreibt an die Hebräer und Gnade findet auf die Zeit, wenn uns Hilfe Not sein wird. Hebräer 4, Vers 16 Wann ist uns denn Hilfe Not? In der Stunde der Versuchung. Im Urtext steht sogar, auf das wir Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Die rechtzeitige Hilfe setzt aber nicht erst ein, wenn wir schon gefallen sind, sondern vor dem Fehltritt und vor dem Fall, das heißt in der Stunde der Versuchung. Deshalb haltet den Schild des Glaubens hoch. Dann singt man mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Im Psalm 118, Vers 15 und sagt, sie erhalten einen Sieg nach dem anderen, dass man sehen muss, der rechte Gott sei Zion. Psalm 84, Vers 8 Ist das nicht dein und mein Wunsch? Möchten wir nicht ein solches Leben führen, einen Sieg nach dem anderen? Dann lasst uns doch das Wort des Apostel einmal ganz ernst nehmen. Vor allen Dingen ergreift den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösewichts. Ich kann nicht schießen, ohne noch einen Gedanken angepflüchtet zu haben. Viele Gläubige haben sich daran gewöhnt, ständig von dem feurigen Fallen Satans getroffen zu werden. Von einem Sieges und Überwinden der Leben darf man nicht sprechen, ohne als Schwärmer abgetan zu werden. Muss es aber wirklich von einer Niederlage in die andere gehen? Ist das der Wille Gottes? Ganz gewiss nicht. Der Wille Gottes ist es, dass wir als seine fröhlichen Kinder zu seiner Ehre leben. So wollen wir alle Zeit den Schild des Glaubens gebrauchen. Wir wollen uns darin üben, ihn recht zu gebrauchen. Um den Schild des Glaubens dem Fürsten der Finsternis entgegentragen zu können, ist es wichtig, in der Bibel zu Hause zu sein. Wir wollen die Bibel nicht nur zu unseren Erbauungen lesen, sondern auch, um damit dem Feind entgegentreten zu können. Wir dürfen in allen Lebenslagen, wenn der Feind kommt, sagen, hebe dich weg von mir, Satan. Und wenn er uns, unsere Vergangenheit, vor Augen stellen will, ihm entgegenhalten, dafür floss Christi Blut für mich auf Golgatha. Er hat mit seinem heiligen und teuren Blut meine Schuld gedeckt. Liebster Jesu, sieh, ich hülle mich in dich hinein. Oh, da bin ich gut geboren, kann ich sicher sein. Amen. Dann benutzen wir den Schild des Glaubens, Recht. Wenn wir in Christus geborgen und in ihm eingehüllt sind, dann werden wir erleben, es gibt ein Leben des Sieges. So lasst uns recht kämpfen in der Gnade unseres Herrn. Lasst uns ritterlich kämpfen. Der Helm des Heils. Nehmt den Helm des Heils. Epheser 6, Vers 17. Was haben wir unter dem Helm des Heils zu verstehen? Der Apostel Paulus nennt den Helm des Heils die Hoffnung. In 1. Thessalonika 5, Vers 8. Die Hoffnung wird im Hebräerbrief mit einem Schiffsanker verglichen. Und zwar Hebräer 6, Vers 19. Der Anker ist also das Sinnbild der Hoffnung. Wir haben als Kinder Gottes einen festen Anker, der in einem festen Boden gründet. Dem Felsen der Ewigkeit. Wo wahrer Glaube ist, gibt es eine lebendige Hoffnung, denn der Glaube ist und bleibt die Quelle unserer Christenhoffnung. Welches ist der Grund unserer Hoffnung? Wenn wir in der Bibel schauen, erkennen wir einen doppelten Grund. Durch die Wiedergeburt werden wir zu Kinder Gottes. Wenn unsere Hoffnung sich auf diese Wiedergeburt gründet, können wir getrost und fröhlich sein. Viele Menschen hoffen, einmal selig zu sterben, aber ihre Hoffnung hat keinen sicheren Grund. Wenn man sie fragt, sind sie wiedergeboren? sind sie hell empört, aber die Heilige Schrift sagt, dass die Wiedergeburt der Grund unserer Hoffnung ist. Wiedergeboren heißt, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden, denn ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Darauf kommt es also an, es handelt sich bei der Wiedergeburt nicht um eine oberflächliche Veränderung, sondern um eine grundlegende Umwandlung. Einst ferne, nun aber nahe gebracht durch das Blut des Lammes. Nur der Geist Gottes, der Heilige Geist, bringt diese Wiedergeburt in unserem Leben zustande. Die Wiedergeburt ist also die Quelle der Hoffnung, die wir als Kinder Gottes haben. Nehmet den Helm des Heils, heißt, tragt dafür Sorge, dass ihr wiedergeboren seid. Ein anderer Grund unserer Hoffnung ist die Heilsgewissheit. Wenn man hin und her in manchen Kreisen von der Heilsgewissheit spricht, wird man gleich als Schwärmer hingestellt. Man betrachtet das Wichtigste und Wertvollste im Leben eines wahren Gotteskindes als Schwärmerei. Wer das sagt, kennt weder seine Bibel noch sein Gesangbuch. noch sein Gesangbuch. Alle drei Bücher reden ganz klar von der Heilsgewissheit. Würden wir einmal das Alte und das Neue Testament durcharbeiten, könnten wir die Entdeckung machen, dass beide Teile von der Heilsgewissheit reden. Wie ein roter Faden zieht sich der Gedanke von der Heilsgewissheit durch die Heilige Schrift. Die Heilsgewissheit ist ja erst die Krone unseres Glaubens. Luther sagte einmal, wer die Heilsgewissheit leugnet, der speit den Glauben aus. Wie mancher Kritiker müsste sich das heute sagen lassen. Der Grund unserer Heilsgewissheit ist Christus selber. Auf Golgatha hat er uns das Heil erworben. Jesus ist deine und meine Heilsgewissheit. Wer ihn hat, darf seines Heilsgewiss sein. Welches ist das Ziel unserer Hoffnung? Es ist Jesus, der als der große, hohe Priester zur Rechten des Vaters sitzt und einmal wiederkommt. So schauen alle, die den Helm des Heils besitzen, getrost in die Zukunft. Die Kinder dieser Welt ahnen, dass etwas im Anzuge ist und stellen oft die bange Frage, was wird kommen? Kinder Gottes aber halten sich an die Verheißung Jesu. Ich will wiederkommen und ich will euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Ist das nicht eine wunderbare Hoffnung? Das ist wahrlich Herrlichkeit. Wir dürfen an ein zweifaches kommen denken. Schon die Sterbestunde ist für die Kinder Gottes ein Kommen ihres Herrn. Da lag eine Mutter in der Blüte ihrer Jahre auf dem Sterbebett und bat immer wieder, O komm, Herr Jesu. Sie ging dann fröhlich heim in die ewige Herrlichkeit. Im Blick auf jene Hoffnung ruft Paulus aus, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Auch er weiß um das Geheimnis. Wenn Kinder Gottes aus der Welt gehen, sind sie gleich bei dem Herrn und dürfen alle Zeit bei ihm sein. Er sagt an anderer Stelle Christus der ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wir können auch sagen Christus der ist mein Leben und Sterben ist mein Erben. Wenn wir sterben, treten wir unsere Erbe an. Das wusste auch Stephanus. wehrlos war er den Steinwürfen seiner Feinde ausgesetzt. Sein Glaubensblick aber war auf die lebendige Hoffnung gerichtet. Er sah den Himmel offen und den Herrn zur Rechten des Vaters stehen. In der Offenbarung sagt der Herr, selig sind die Toren, die in dem Herrn sterben. Ihre Hoffnung wird Wirklichkeit. Zur lebendigen Hoffnung gehört auch das Warten auf die Erlösung unseres Leibes. Am Kreuz auf Golgatha, als der Herr ausrief, es ist vollbracht, hat er uns von der Sünde erlöst. Die Erlösung wird aber erst dann in ihrer ganzen Fülle sichtbar, wenn die Kinder Gottes auferstehen werden. Die Hoffnung der Kinder Gottes richtet sich also zum Anderen auf die Wiederkunft des Herrn. Dann wird die Posaune Gottes durch die Gräber dringen und die selig im Herrn Entschlafenen werden zuerst auferstehen. Sie dürfen sich freuen, dass sie einen neuen Leib bekommen, einen Leib, der nicht mehr der Sünde dient, der nicht mehr vom Fürsten der Finsternis versucht wird. Paulus sagt uns in 1. Korinther 15 Vers 42 bis 44 wie der neue Leib beschaffen ist. Er nennt uns drei Eigenschaften. Der neue Leib ist unverweslich. Er kann nicht mehr sterben und eine Zerstörung der Lebenskräfte findet nicht mehr statt. Der neue Leib ist herrlich, das heißt, er glänzt in himmlischer Herrlichkeit. Unser Wandel ist im Himmel von Dannen. Wir warten des Heilands Jesu Christi, welcher unseren nichtigen Leib verklären wird, dass er ähnlich sei seinem verklärten Leibe. Wie wunderbar wird das sein, keine Krankheit, kein Alter mehr, da liegt Schwachheit und Verdruss unter seinen Füßen. Der neue Leib ist ein geistiger Leib, das heißt, er ist vom Geiste Jesu durchströmt, er ist nicht mehr an Ort und Zeit gebunden. Auf diese Zeit freuen wir uns, das ist die lebendige Hoffnung, die wir als Kinder Gottes haben. Der Apostel Petrus nennt uns im ersten Brief drei Eigenschaften des zukünftigen Erbes des Kinder Gottes. Das zukünftige Erbe ist unvergänglich. Alles Erdengut trägt den Stempel der Vergänglichkeit. Hier ist alles dem Wechsel unterworfen. Das zukünftige Erbe ist unbefleckt im Gegensatz zum irdischen Erbe, das sehr oft irgendwie befleckt ist. Das zukünftige Erbe ist ein unverwegliches Erbe. Sünde und Tod haben keine Macht mehr. Das himmlische Erbe wird von immerwährend Schönheit und Freude erfüllt sein. Was Freude gibt, das Herze liebt, das Sehnen stillt, steht da in voller Blüte. Wir wird uns eins sein, wenn wir dieses Erbteil antreten. Das ist der Helm des Heils, die lebendige Hoffnung, die wir als Kinder Gottes haben. Im Blick auf dieses Reich dürfen wir uns freuen und die Nichtigkeit aller diesseits gerichteten Wünsche erkennen. Welt behalte deine Sachen. Das letzte Ziel unserer Hoffnung ist dann der neue Himmel und die neue Erde. Gottes Wort sagt uns, wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Lohnt es sich nicht, den Helm des Heils aufzusetzen, ganz in die Nachfolge Jesus zu treten? Wenn wir ganz von der Hoffnung auf diese glorreiche Zukunft erfüllt sind, verschwindet alle Furcht und Verzagheit. Wir blicken getrost in die Zukunft. Mag es in der Welt immer dunkler werden, mögen die Kinder Gottes durch große Einsamkeiten hindurchgehen und nicht verstanden werden, wir haben eine lebendige Hoffnung. Im Blick auf die Verheißungen ich komme wieder und der Vater ich will das, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, auf das sie meine Herrlichkeit sehen, sollten wir stets fröhlich sein. Wir armen staubgeborenen Menschen, mit Sünde behaftet, sollen ja eins ihm gleich sein, ihm von dem wir singen, Jesus leucht, schöner Jesus leucht, reiner als alle Engel im Himmelssaal. Im Blick auf diese Hoffnung fordert unser, äh, fordert uns der Apostel Paulus auf, nehmt den Helm des Heils, er liegt für uns bereit, wir brauchen nur zu nehmen. Dieses Geheimnis müssen wir lernen, nehmt. Wenn wir für Kinder ein Geschenk bereit gestellt haben, stehen sie auch erst zögernd davor. Erst wenn wir sie auffordern nehmen und das erste Kind genommen hat, nehmen auch die anderen. Ihr Herz ist voller Freude, sie haben etwas geschenkt bekommen. Was ist die Wirkung dieser lebendige Hoffnung? Sie macht die Kinder Gottes Mut im Kampf. Viele Gläubige unserer Tage sind verzagt. Sie haben vergessen, den Helm des Heils zu nehmen. Denn in dem Augenblick, wo ich den Helm des Heils genommen habe, bekomme ich Mut. Ich freue mich darüber, dass ich dem Herrn entgegen eilen darf und diese Hoffnung macht mich stark im Kampf, und fähig, bis zum Ziele auszuharren. Seid männlich und seid stark, mahnt der Apostel. das Schwert des Geistes. Nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Epheser 6 Vers 17 In In den vor in den vorgehenden Versen hat uns der Apostel Paulus mit den Schutzwaffen der Kinder Gottes bekannt gemacht. Nun nennt er uns eine Angriffswaffe das Schwert des Geistes. Der Herr gibt uns das Schwert des Geistes in die Hand, damit wir dem Feind nicht wehrlos ausgeliefert sind. Mit diesem Schwert müssen wir so lange kämpfen, bis wir ans Ziel gelangt sind. Wir dürfen es keinen Tag, keinen Augenblick aus der Hand legen. Was verstehen wir unter dem Schwert des Geistes? Wir haben wohl alle schon gemerkt, dass der altböse Feind uns zum Krieg zwingt. Und das stimmt mit dem Wort Jesu überein. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Liest mal Matthäus 10 Vers 34. Dieses Schwert des Geistes ist das Wort Gottes, und zwar das ganze Wort Gottes des Alten und Neuen Testaments. Heilige Männer haben geredet, getrieben durch den Heiligen Geist. Durch die Bibel spricht der Herr zu uns und tut uns seinen Willen kund. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Verbesserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit. 2. Timotheus 3 Vers 16 Es wäre gewiss der Mühe wert, sich die Schreiber der Bibel einmal näher anzusehen. Sie waren ganz verschieden nach Bildung, Charakter, Stellung und doch fällt uns bei erstem Studium auf, dass das Wort Gottes unsere Bibel wie aus einem Guss ist. Wie viele Männer haben daran geschrieben? Wollten wir einmal die Lehrmeinungen der verschiedenen Ärzte in einem Buch zusammenfassen, würde wohl kaum solch ein einheitliches Bild entstehen. Schauen wir aber in die Bibel, so sehen wir, dass trotz der Verschiedenartigkeit all derer, die daran geschrieben haben, doch eine wirkliche Einheit da ist. In Hebräer 4 Vers 12 heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer, denn kein zweischneidiges Schwert und dringt durch, bis dass es scheidet Seele und Geist aus auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Der Apostel Paulus vergleicht unsere Bibel mit einem zweischneidigen Schwert. Ein Schwert hat in der Regel eine lange Lebensdauer in einem Museum kann man zum Beispiel ganz alte Schwerter ausgestellt sehen. Sie haben die Zeiten überdauert, das Schwert des Gottes hat eine ewige Dauer. Petrus sagt, das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen, aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Erster Petrus 1 Vers 24 bis 25 Und von dem Herrn Jesus hören wir in Lukas 21 Vers 33 Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Große reiche, mächtige Völker sind ins Grab gesunken, aber die Bibel ist geblieben. Wie hat man die Bibel in all den Jahrhunderten und Jahrtausenden zu vernichten gesucht? Man hat sie verbrannt, hat sie verboten und ihren Besitz mit Strafe belegt. Ein klein wenig davon haben wir ja miterlebt. Man versuchte das alte Testament auszurotten, aber man wurde dabei zu schanden. Sein Wort ist geblieben und es bleibt bis in Ewigkeit. Kein Buch der Welt hat solch eine gewaltige Verbreitung gefunden wie die Bibel. Sie wurde in weit über 1100 Sprachen übersetzt. Wer sich auf den Felsenboden dieses Wortes gründet, hat einen festen Stand und wer sich mit dieser Waffe wehrt, wird jeden Feind schlagen. Die Bibel veraltet nie. Bücher, die vor 50 Jahren geschrieben sind, legt man heute bereits zur Seite. Dagegen ist uns die Bibel in ihrer Sprache und ihren Stil erhalten geblieben. Es sagte einmal jemand zu mir, Bruder Müller, wenn wir heute die Menschen ziehen wollen, müssen wir modern werden. Wir können nicht mehr erwarten, dass sich Leute eine Stunde hinsetzen und das Wort Gottes betrachten. Ich antwortete ihm, lieber Freund. Über eurem Kreise, über eurem Vereinshaus läuten schon die Totenglocken. Es dauert nicht lange, dann beerdigt ihr euren Kreis. So ist es auch geschehen, das Schwert des Geistes ist und bleibt dasselbe. Alle Verheißungen der Bibel werden sich eins erfüllen und auch sie dürfen uns als Waffe gegenüber dem Feind dienen. Ein Schwert hat verschiedene Eigenschaften. Zunächst einmal ist es blank und glänzend. Jeder Soldat muss darauf achten, dass das Schwert immer blank ist. Wehe, wenn es irgendeine Rostflecken aufweist, das Schwert des Geistes hat die gleiche Eigenschaft. Es gibt einen hellen Schein in die Herzen der Menschen. Es ist das Licht, das an einen dunklen Ort scheint. Es gibt uns das Licht über Gott, dem Vater, über den Herrn und über den Heiligen Geist. Diese Worte zeigen uns, wer unser Vater ist, nämlich die ewige Liebe, heißt es doch. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Schaut mal Jeremia 31 Vers 3 Gott hat seine Liebe darin bewiesen, dass er seinen Sohn für uns dahingab. Der Herr, der für uns sein Leben ließ, kennt uns und ist um uns besorgt. Gott sagt von sich selber, kann auch eine Mutter ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes und ob sie desselben vergesse, so will ich doch dein nicht vergessen. Jesaja 49 Vers 15 Eine wundervolle Zusage Deshalb lasst uns das Schwert getrost in die Hand nehmen, Gott ist mit uns, denn es sollen wohl Berge Weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr dein Erbarmer. Jesaja 54 Vers Es ist etwas Kostbares und Herrliches solch einen Herrn zu haben und ihm das Leben anvertrauen zu dürfen. Durch die Bibel lernen wir auch unseren Herrn als den Erstgeborenen aller Kreaturen kennen. Gottes Wort sagt uns von ihm, als die Zeit erfüllt war, nahm er Knechtgestalt an und ward arm um unser Willen. Um unser Willen hat er gelitten. Um unser Willen wurde er gekreuzigt. Er ist für uns gestorben und begraben, für uns auferstanden, für uns in den Himmel gefahren, für uns sitzt er zu Rechten des Vaters und vertritt uns mit unaussprechlichem Seufsten und er wird einmal wiederkommen und uns zu sich nehmen. Ist es nicht herrlich daran zu denken? Deshalb nehmt doch das Schwert in die Hand. Ihr werdet es erfahren, dass es euch immer lieber wird. die Bibel gibt uns auch Auskunft über den Heiligen Geist. Seine erste Arbeit ist es zu erleuchten und die zweite den Menschen von seiner Sünde zu überführen. Ob wir das wohl selber schon gemerkt erkannt haben? Ob er uns wohl von dieser und jener Sünde hat überführen können? Dann schenkt uns der Heilige Geist die Heils Gewissheit und belebt uns. Haben wir es schon einmal gemerkt, wie wir innerlich gestärkt und belebt wurden? Was war das Werk des Heiligen Geistes? Dieser Heilige Geist gestaltet uns in dem Maße in Jesu Bild, wie wir der Sünde absagen. Er führt uns von einer Erkenntnis zu anderen. Er gibt uns vorwährend Licht über uns und unsere Stellung. Er zeigt uns, wo wir stecken geblieben sind und führt uns. Das Wort Gottes soll unseres Fußes leuchten und ein Licht auf unserem Wege sein. Wir brauchen nicht mehr im Dunkeln zu tappen. Im Psalm 19 Vers 9 heißt es Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Dass wir das doch immer wieder erleben, sein Wort erfreut unser Herz und ich freue mich wie einer der eine große Beute hat. Das Schwert muss scharf sein. Ein stupfes Schwert ist für den Kampf ungeeignet. Deshalb sagt Gottes Wort es ist schärfer denn kein zweischneidig Schwert. Dieses Schwert dringt in die Herzen der Menschen und verwundet das Gewissen. Es schneidet erbarmungslos die Geschwüre der Sünder auf. Aber es heilt auch überall dort wo das Schwert des Geistes wirklich in der Kraft Gottes überzeugt wird kommen Menschen zu Wiedergeburt. Denken wir nur an das erste Pfingstfest. Wie hat sich da das Schwert des Geistes bewiesen? 3000 kamen zu lebendigen Glauben äh lebendigen Glauben. Nicht umsonst heißt es ja das Schwert des Geistes der Heilige Geist der uns die Heilige Schrift schenkte führte auch heute dieses Schwert und kein Mensch auf der Erde entrinnt ihm. Entweder verwundet das Schwert zum Leben oder zum Tode dem einen bringt es Leben und Seligkeit dem anderen Tod und Gericht. Diese ernste Wahrheit wollen können wir nie vergessen. Was sollen wir nun mit diesem Schwert tun? Es soll zu unserer Verteidigung dienen und uns bewahren es soll uns den Feind fernhalten durch dieses Schwert können wir auch andere für Jesus gewinnen. Das ist wichtig und wertvoll. Wir wissen, dass die Werke des Satans Bollwerke sind. Diese Bollwerke können nur durch das Schwert des Geistes zerstört werden. Haben wir schon einmal darüber nachgedacht, warum heute so wenig Entscheidungen für Christus fallen? Rührt das nicht daher, weil man das Schwert des Geistes vielfach in Watte packt, das heißt es stumpf macht, auf Kanzel oder Katheder hat man nicht mehr den Mut, die volle biblische Wahrheit zu verkünden. Wenn in der Gemeinde Jesu das Schwert in Watte verpackt wird, verwundert es nicht mehr. Es ist in jeder Weise seiner Wirksamkeit beraubt. Jeder, jeder, der Bibelstunden hält oder predigt, muss zunächst das Schwert des Geistes gegen sich selbst richten, damit er nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Wenn wir bekehrt sind, wenn wir wieder geboren sind, zu einer lebendigen Hoffnung, dann ist es wichtig, dass wir das Schwert des Geistes immer wieder auf uns wirken lassen. Da ist es ganz gleich, wer es führt. Der Bruder mag gelehrt sein oder nicht entscheidend ist allein, ob er den Dienst in der Vollmacht von oben verrichtet. Nur dann kann das Wort verwunden 1920 am Anfang meiner Reisetätigkeit traf ich in der Gemeinde Hüllenbeck drei alte Brüder schon hoch in die 80 ich fragte sie ihr habt doch noch so ein bisschen vom alten Folgenling miterlebt. Ja antworteten sie wie war es denn damals immer wenn wir aus der Kirche kamen mussten wir sagen heute haben wir einen tüchtigen Rippenstoß bekommen nach mancher Bibelstunde und nach manchen Gottesdienst vermisst man den Rippenstoß das Schwert war nicht scharf deshalb nehmt das Schwert des Geistes in der heiligen Strift steht es ist ein Richter der Gedanken im Urtext heißt es es ist ein Kritiker der Gedanken was gibt dieses Schwert des Geistes den Gläubigen es gibt ihnen Widerstandskraft gegenüber der Sünde die Luft ist voll von Sünden und ehe man sich versieht ist man infiziert weil wir so wenig im Wort Gottes leben gibt es bei uns so viele Niederlagen wenn wir mit dem Schwert des Geistes ausgerüstet wären würden wir sagen wie sollte ich ein solches großes Übel tun und wieder meinen Gott sündigen wie viele werden auch ein Opfer von ihr lehren weil sie nicht fest genug im Wort Gottes gegründet sind das Wort Gottes gibt uns Tragkraft in allen Lebenslagen mitten in der Trübsal mitten in der Not darf man erleben dass dieses Wort Tragkraft gibt und ob ich schon wanderte im finsternen Tal fürchte ich kein Unglück denn du bist bei mir dein Stecken und Stab trösten mich wer im Wort Gottes zu Hause ist kann sich auf vielen Verheißungen stützen wie mancher wurde durch sie gestärkt und erhielt Kraft zum Tragen eines oft schweren Loses haben auch wir diese Tragkraft oder geben wir zu tragen diese dieses wort gibt uns zeugen kraft weshalb haben wir so wenig zeugen jesu weil man so wenig im wort gottes lebt wes das herz voll ist das geht der mund über wenn wir rechte zeugen wären würden die ungläubigen sehnsucht bekommen nach einem leben in der gemeinschaft mit dem herrn ich weiß von einem schlichten bruder einen gelegenheits arbeiter der wo er ging und stand von seinem herrn zeugte erlebte im wort gottes dieses wort gibt uns licht auf dem lebenswege so dass wir durch die gnade jesus stets gewisse schritte dunkel wie nötig brauchen wir in unseren dunklen tagen dieses licht wir brauchen es auch im blick auf die zukunft damit wir lernen als dann hebet eure häupter empor weil sich eure erlösung naht zusammen fassen möchte ich fragen müssen wir nicht alle über die vielen versäumnisse über die vielen unterlassungen klagen wir wollen darüber Buße tun und äh Buße tun und uns in Zukunft mehr mit dem wort gottes beschäftigen damit es die kraftquelle unseres lebens werde der apostel paulus ruft es und und noch einmal zu nehmt das schwert des geistes welches ist das wort gottes zeugt zeugt du den hanisch gottes an dein schwert sei gottes wort das bricht durch blut und flamme bahn und ist ein starkes hort er greift des heiles helm und weicht nicht wie ein schelm der schild des glaubens schütze dich so streite ritterlich ja die notwendigkeit des gebets betet alle zeit mit bitten und flehen im geist und wacht dazu mit aller beharrlichkeit im gebet für alle heiligen und für mich dass mir das wort gegeben werde wenn ich meinen mund auftue freimütig das geheimnis des evangeliums zu verkünden Epheser 6 Vers 18 und 19 ja wann sollen wir beten betet steht sagt der Apostel Paulus wenn wir einmal die Briefe aller Apostel durchlesen merken wir wie der Heilige Geist die Bedeutung des Gebets betont zum Beispiel haltet an am Gebet oder betet ohne Unterlass mit solchen Aussprüchen zeigt er uns die Notwendigkeit des Ausdauerndes Gebet wir dürfen nie vergessen dass die Welt in der wir leben das Herrschaftsgebiet Satans ist deshalb werden wir ermahnt betet stets bei meinen vielen Pflichten kann ich doch nicht ständig auf Knien liegen wird mancher sagen das verlangt unser Gott auch nicht von uns es ist aber sein Wunsch dass wir uns als seine Kinder stets in betender Stellung zu ihm befinden ist ist es nicht etwas Großes dass wir armen sündigen Menschen uns dem Herrn nahe dürfen der zu Rechten des Vaters sitzt und uns mit unaussprechlichem Seufzen vertritt wir haben einen Herrn der ein Herz für unsere Nöte und ein Ohr für all unsere Bitten hat aber auch eine helfende Hand die bereit ist uns in jeder Lage beizustimmen versuchen wir doch einmal uns all die vielen Verheißungen und Zusagen unseres Herrn im Blick auf das Gebet vor die Seele zu stellen Dann merken wir erst wie reich und glücklich wir sein können wenn wir die Mahnung des Apostels ernst nehmen Betet stets Betet stets will uns sagen wir sollen beten in den Tag hineingehen aber auch mit dem Gebet durch den Tag gehen Alles was wir verrichten soll im Gebet stehen Der Herr Jesus mahnt uns Ohne mich könnt ihr nichts tun Wer nichts ohne sein Herrn tut äh tun kann muss in allen Dingen immer wieder das Angesicht des Herrn suchen ich mich mit wasser wasse mit deinem teuren blute dass ich gereinigt und bewahrt durch diesen Tag hindurch gehen kann wenn ich Speise zu mir nehme sage ich Herr so wie ich jetzt diese Speise zu mir nehme gib du mir die Speise auch für meine Seele wenn ich die Stube ausfeege sage ich Herr so wie ich jetzt den Stamm und den Dreck ausfeege so fege du den alten Sauerteig aus meinem Leben wenn ich das Feuer anzünde sage ich Herr zünde du jetzt das Feuer des Heiligen Geistes in meinen Inneren an das Geheimnis ihres Lebens war die Verwirklichung des Wortes betet stets in allen Anliegen beschämt jene alte Frau uns nicht ob wir wohl auch so in der Waffen Rüstung von oben durch unsere Tage durch gehen viele Kinder Gottes machen einen Fehler sie sagen in der Morgen Früh Herr nun befehlen wir den heutigen Tag dir und deiner Gnade man geht an die Arbeit und betet erst wieder am Abend wenn man zur Ruhe kommt man kennt nicht die ständige Gemeinschaft mit Gott betet stets wenn wir im Laufe des Tages so manche Entscheidungen ohne Gebet treffen brauchen wir uns nicht zu wundern wenn wir falsch geleitet werden ohne diese betende Verbindung mit dem Herrn kann er uns ja nicht auf dem Weg des Glaubens fröhlich führen da ist es auch kein Wunder wenn wir dann im Laufe des Tages so mancherlei Entgleisungen zu verzeichnen haben wir werden leicht betet aufgeregt sind empfindlich und unfreundlich deshalb lass uns das Wort ganz ernst nehmen betet stets wenn der Apostel Paulus uns diese beiden Worte einschärft weiß er dass das Gebet für Kinder Gottes kein Zeitverlust ist beten wir nicht deshalb so wenig weil wir dem Teufel das Ohr geliehen haben der uns einflüstert du hast recht zum Beten hast du heute keine Zeit wenn wir aber beten kommen wir viel leichter und schneller durch den Tag mit all seinen Aufgaben es ist etwas Großes dass wir mit all unseren Anliegen zum Herrn kommen dürfen unserem Gott ist nicht zu klein und zu gering was die Seinen angeht ist auch ihm wichtig ob es sich um Anliegen des inneren Glaubens Lebens handelt ob wir den Sieg über die Sünde haben wollen ob wir Widerstandskraft wünschen gegenüber den Anfechtungen Satans oder ob es sich um Angelegenheit des äußeren Lebens handelt für alles hat der Herr ein offenes Ohr ob wir einen Schlüssel verlegt oder eine Adresse vergessen haben alles dürfen wir ihm sagen deshalb nimmt Paulus uns bei der Hand und sagt betet stets in allem Anliegen dieses beten muss aber im Geist geschehen das ist sehr wichtig aber oft nicht der Fall im Geiste beten können wir nur dann wenn wir im Geist leben das heißt wenn wir Menschen sind die sich mit dem Heiligen Geist füllen lassen die große Not unserer Tage besteht darin dass der Gemeinde Jesu Christi die Föder des Geistes fehlt in den Reihen der Gläubigen ist so wenig das Wirken des Heiligen Geists spürbar wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind ist unser Gebet das Gespräch des Herzens mit Gott und wir wissen dass gerade der Heilige Geist uns die Kraft fürs Gebet gibt Wir sollen wachen und beten diese beiden Worte stehen in der Heiligen Schrift in der Regel nebeneinander Wachen und beten hängt so zusammen wie kämpfen und siegen Der Apostel Paulus sagt für alle Heiligen wir sollen der Gläubigen in unseren Kreisen fürbitten gedenken warum wohl gerade der Gläubigen weil sie eine Familie Kinder eines Vaters und Glieder eines Leibes sind sie dienen alle einem Herrn sie treiben eine gemeinsame Sache Kinder Gottes stehen als Kämpfer unter einem gemeinsamen Banner dem Banner Jesu Christi als Kinder Gottes gilt uns die Mahnung einer trage des anderen Last einer füllt mit dem anderen wenn er im Leib steht das ist der herrliche Trost denn die Kinder Gottes haben das sie füreinander beten dürfen welch eine Freude wenn alle Geschwister auf dem weiten Erden rund fürbitten füreinander vor dem Gnadenton unseres Herrn eintreten auf das das Geheimnis des Evangeliums kund werde der Apostel Paulus weiß wenn ich ein Zeuge Jesu sein soll gebrauche ich die Gebetskraft und wo eine Schar von Betern ist kann ich frehlich für den Herrn werden Gott sei Dank dass die ganze Waffen Rüstung für für uns auf Golgatha bereit liegt Gott will sie uns geben er wartet nur darauf dass wir sie nehmen lasst uns fröhlich zu ihm eilen und sagen Herr schenke mir fortan die ganze Waffen Rüstung und in dem Maße wie wir sie gebrauchen werden wir hier zum Segen sein können Jesus stärke deine Kinder und mach aus denen Überwinder die du erkauf mit deinem Blut schaffe in uns neues Leben das wir uns stets zu dir erheben wenn uns entfallen will der Mut dies aus auf uns den Geist dadurch die Liebe fleust in die Herzen so halten wir getreu an dir im Tod und Leben für und für Amen ja meine Lieben puh das war heute ein sehr sehr langer Vortrag ja meine Lieben ich wünsche euch allen gottes reichen Segen und immer dran denken wir müssen bereit sein jeden Tag möge der Herr Jesus Christus euch reichlich segnen und schützen Schalom um